Lange Urlaubsfahrten sind mit diesen drei elektrischen Flitzern nicht drinnen. Dafür kosten sie nur einen Bruchteil großer E-Autos. Der Platz ist begrenzt und sie sind nicht sonderlich schnell. Aber taugen die Minimobile als Alltagsfahrzeug für kurze Strecken? Der sieht so verrückt aus. Ich glaube, man kann auch gar nicht sagen, wo ist vorne, wo ist hinten. Sogenannte Leichtkraftfahrzeuge sehen aus wie Autos im Mini-Format, fahren aber nur so schnell wie ein Moped. Im Test der Opel Rocks Electric, der Ari 45.2 von Ari Motors und der E-City Sport von Aixam. Jetzt kommt der LKW und Martin überholen mich über. Es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die drei Modelle gehören zu den günstigsten auf dem Markt und kosten zwischen 9.000 und 17.000 Euro. Worin unterscheiden sie sich von richtigen Autos? Stimmen die Herstellerangaben zur Reichweite? Innerhalb von einer Sekunde ist er jetzt von fünf Balken auf den Notfallbalken gegangen. Lustiges Spielzeug oder Autoersatz? Wir machen den großen Test. Die K1-Magazin-Reporter Gloria Gotz, Lenni Pettiano und Marina Kornath übernehmen die Steuer der kleinen Flitzer. Und er weiß, worauf es bei den Mini-Fahrzeugen ankommt. Chris Carazzoni ist Experte für E-Autos und teilt sein Wissen mit fast 300.000 Followern auf YouTube. Wie findet ihr das? Oder die? Hast du die aus dem Ü-Ei? Das sind Leichtkraftfahrzeuge. Diese vollelektrischen Mobile zählen zur Fahrzeugklasse L6E. Mit einem Maximalgewicht von 425 Kilogramm und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 kmh reicht ein Moped-Führerschein, um sie zu fahren. Den gibt es ab 15 Jahren. Wir starten unseren großen Test. Wie sind Ausstattung und Fahrgefühl der Mini-Stromer? Was man beim Mittleren ja sagen kann, also jeder, der Fan des Papstes ist, der hat hier so ein bisschen so eine Hommage. Sieht ein bisschen aus wie das Papamobil, da er doch schon relativ hoch ist, aber keine Breite hat. Und diese große Scheibe voranlage. Erinnert mich aber auch ein bisschen an so einer Golfkarte. Ja, stimmt. Und das Weiße, finde ich, sieht so aus, als hätte man es ein bisschen zu heiß gewaschen. Also so ein Auto, aber geschrumpft. Also ich finde den Opel am geilsten. Der sieht so verrückt aus. Ich glaube, man kann auch gar nicht sagen, wo ist vorne, wo ist hinten. Also das könnte für mich jetzt auch hinten sein. Dann gucken wir uns doch mal näher an. Ja. Los geht es mit dem preiswertesten Modell. Knapp 8800 Euro kostet der Opel Rocks Electric. Sag mir, wo ist vorne und wo ist hinten. Herr Krass, der sieht ja wirklich komplett gleich aus. Weißt du, was noch ein Funfact ist? Dass hier zum Beispiel die Tür die gleiche ist wie die andere Tür. Das ist echt geil. Die gehen ja so auf. Die haben quasi in der Herstellung zweimal dieselbe Tür produziert. Eigentlich ja. Sieht sehr nach Plastik aus und das ist gefühlt auch alles Plastik. Ja, ist ja auch absichtlich so. Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Sollen wir auch mal reinschauen? Ja, gucken wir mal rein. Fürs Losfahren, dafür musst du erstmal einen Gang einlegen. Ja. Findest du den? Weil ich habe da echt gesucht. Na ja, normal ist ja hier irgendwo was oder hier irgendwo. Also hier ist die Handbremse. Ach und da ist Platz für einen Koffer. So ein Handgepäckskoffer passt hier mühelos rein. Und was auf dem Sitz, wenn keiner da ist. Hier ist, das ist Scheibenwischer und Blinker und... Ich habe kein Radio. Nein, du hast kein Radio. Ne, jetzt sagt mir doch nicht, dass das hier ist, diese drei Knöpfe da. Ja, so seitlich, einfach zum Gang einlegen. Ja gut, aber ich muss ja nur vorwärts oder rückwärts einlegen. Du musst hinschauen, weil du fühlst wirklich nicht, wo was ist. Also es ist nicht klein, das Auto. Ne. Jetzt, wo ich drin sitze, habe ich das Gefühl, es ist mehr Platz, wie es von außen aussieht. Voll. Ich finde das richtig cool. Ist cool, ja super. Alle drei Fahrzeuge müssen zum Aufladen an eine normale Haushaltssteckdose. Die Opel-Batterie ist in rund vier Stunden bei 100%. Bei den aktuellen Strompreisen kostet das Vollladen so 1,92 Euro. Das zweite Fahrzeug ist etwas teurer als sein Vorgänger. Knapp 10.000 Euro kostet das Modell 45.2 des deutschen Herstellers Ari. Schau mal, wie leicht das Ding ist. Also ich habe ein bisschen Angst, dass wir da auf dem Radkasten schleifen gleich. Ich glaube, das interpretiert man da so rein. Dem ist dann gar nicht so, aber es ist halt schon wirklich ein sehr kleines Auto. Weißt du, woran mich das erinnert? Diese Autos, die früher an der Supermarktkasse bei den Einkaufswegen waren. Die, wo die Kinder sich reinsetzen können. Ein Euro rein und zwei Minuten Spaß haben. Also dem tut die Höhe nicht so gut, optisch. Aber dafür hast du halt wirklich so einen richtigen Panoramic View. Und dann überall Glas. Ein bisschen Ledersitze wie in einem Lambo. Wenn ich mich jetzt neben dich reinsetze, dann haben wir hier schon... Es wird richtig kuschelig gerade hier, ja. Okay, also das sieht ein bisschen aus wie in einem Comic gerade wahrscheinlich, ne? Also was ja schon mal irgendwie ein Plus ist, dafür, dass ja alles sehr viel Plastik ist, ist irgendwie zumindest von der Haptik her, das Lenkrad fühlt sich einigermaßen gut an. Was ich krass finde, die haben ja wirklich ein eigenes Mediasystem hier nochmal, dafür, dass es so ein kleines Auto ist und wir ja eigentlich gar nicht so richtig haben. Gangschaltung hier, nicht unten. Nein, wirklich? Okay, das ist abgefahren. Die Gangschaltung sieht aus wie das Knöpfchen beim Radio, das man lauter und leiser macht. Hier Press, Button and Turn. Was ist das? Das ist die Handbremse, ne? Das ist die Handbremse? Das ist die Handbremse. Ja, dafür sieht es aber sehr dramatisch aus. Und das da links, was ich auch gesehen habe, das rote, das sieht aus. Es hat ein bisschen so einen Rennwagen-Touch. Ich habe hier sogar einen Notausknopf, was du nur im Rennwagen hast. Genau, ja. Oder in Prototypen. Ich bin Prototypenfahrer. Also es ist schon eh ein bisschen näher am Auto jetzt als der Rocks E. Das ist wirklich ein bisschen wie so die Kinderversion von einem Auto. Aber ich bin gespannt, wie der sich gleich fahren wird. Anders als der Opel hat der Ari sogar eine Kofferraumklappe. Ah, da ist die Scholle-Scheibe aufgegangen. Also zwei, drei Sekunden braucht man Geduld auf jeden Fall. Schau mal, das schwarze Kabel, das ist ja das Ladekabel. Das einfach, siehst du? Das ist total irre. Da hast du deine Tankstelle direkt bei dir zu Hause schon. Einmal vollladen dauert vier bis fünf Stunden und kostet aktuell 2,10 Euro. Das dritte Testmodell ist das teuerste. 16.700 Euro kostet der E-City Sport von Aixam, dem europäischen Marktführer für Moped-Autos. Wirkt schon ganz anders. Also ich muss auch sagen, hier das Cockpit, das sieht halt wirklich aus. Also da ist mein Auto nicht so modern, wenn es um sowas geht. Ja, das ist schon cool. Und wenn ich auch jetzt sehe, wie wir hier nebeneinander sitzen, ganz anderes Kaliber als... Schau ihn dir mal an. Lani! Schau, jeder Schlüssel, der sieht auch aus wie wirklich von Pkw. Handschuhfach hast du auch. Handschuhfach habe ich. Und Schalthebel. Alles da, wo es sein muss. Guck mal hier, Radio, Telefon. Und Kamera. Kannst du auch, glaube ich... Das war der Kofferraum. Das war der Kofferraum, ja. Wow. Hier kriegst du ja wirklich zwei große Koffer übereinander. Da kriegst du sechs Pässen Bier rein. Also es ist wirklich echt ein hübsches Ding. Einmal vollladen dauert zweieinhalb Stunden und kostet aktuell 1,82 Euro. Aber geladen ist ja schon, das heißt... Du kannst losfahren. Wie ist das Fahrgefühl in den Mini-Stromern? Seid ihr ready? Ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich ready bin. Ja, let's go. Noch etwas zögerlich wagen die drei Reporter ihre ersten Meter in den Leichtfahrzeugen. Dabei sollten die locker 45 Kilometer pro Stunde schaffen. Was ist denn, wenn man mal so richtig Gas gibt? Der zieht auf jeden Fall. Juhu. Gloria in ihrer Rennsemmel. Herrlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich umfalle, ehrlich gesagt. Oh, aber krass. Hä, was ist das für ein Wendekreis? Der zieht schon ganz gut für so ein kleines Ding. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Go-Kart fahren. So bis 30 geht das voll klar. Es fühlt sich anders an als ein Auto. Es ist nicht so stabil. Also irgendwie klappert es links, klappert es rechts. Dafür, dass ich am Anfang gedacht habe, dass es so eine super billige Plastikverarbeitung hier drinnen alles ist, scheppert es kaum. Also eine Kurve neigt sich schon arg. Lenny, du hast mich geschnitten. Hallo. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass es so Bock macht, den hier zu fahren. Und nicht nur das. Mit knapp zweieinhalb Metern Länge und einer Breite von maximal 1,50 Meter passen alle drei Autos in eine Standard-Parklücke. Allerdings nur quer. Was nicht überall in Deutschland geduldet wird. Ist doch cool. Aussteigen und aufstellen wird zwar nicht funktionieren, aber... Aber eben, also ist trotzdem krass. Dreimal so wenig Parkfläche wie durch einen normalen Pkw. Aber wie verhalten sich die drei Leichtfahrzeuge in Extremsituationen? Wie gut bremsen die eigentlich und wer bremst am besten? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Indem wir einfach Pylonen aufgestellt haben mit einer Markierung. Und dann alle drei einfach mit 45 kmh fahren und dann einfach in die Eisen steigen. Ich würde das jetzt dann immer selber machen, weil aus Gründen der Vergleichbarkeit. So dass du dann quasi immer denselben Menschen hast, der bremst. Fangen wir mit dem an. Auf geht's. Steig ein, oder? Ja. Nicht vergessen, Tür öffnet andersrum. Das ist so verwirrend. Und die ganze Zeit links, rechts, wo? So. Chris, ich bin jetzt schon gespannt. Beim Fahren macht er einen sicheren Eindruck. Ich vermute das jetzt auch beim Bremsen. Glaube ich auch. Meinst du, es blockiert irgendwas? Ich habe überhaupt nichts skeptischen Eingang. Nee, ne? Aus, los geht's! Keines der Minimobile besitzt ein Anti-Blockier-System. Hä? Aber gut. Ein bisschen schräg hat er sich gestellt. Ja, er hat sich ein bisschen schräg gestellt. Das ist dann auch nicht schlecht. Ja. Oder? Nee, wirklich nicht schlecht. Hä? Das Heck ist ein bisschen ausgebrochen. Weißt du warum? Wegen der Gewichtsverteilung zwischen uns, glaube ich. Ein bisschen rüber. Das ist echt ein mickriger Bremsweg. Eins, aber Bremsspur. Aber auch wie wenig eigentlich der Bremsweg ist. Also für fast 50 kmh. Wenn so ein Kind vor dir rausläuft, hast du ordentlich abgebrochen. Aber sie bremsen mega geil bei dem Ding. Ja. So, ich lasse dich mal nach hinten laufen und warte hier. Schauen wir mal, was hier so fabriziert. Der Ari ist als nächstes dran. War schon mal eine sportliche Bremsung. Du hast aber da hinten schon Glorias halben Reifen liegen lassen. Das sah so abgefahren aus gerade. Man hat das richtig so pulvermäßig davon abreiben sehen. Geil. Ja, gucken wir mal mit dem. Wir müssen allerdings ein bisschen Anlauf holen, glaube ich, mit dem. Weil ich befürchte, dass wir nicht auf 45 kmh kommen. Wir haben auch weniger PS. Wir haben auch weniger PS. Und sitzen schwerer drin als mit Gloria. Okay. Okay. Ich bin sehr gespannt. Je schneller man fährt, desto lauter piept der schon mal. Das ist immer ein richtig, richtig gutes Zeichen. Ich halte mich mal kurz fest. Okay, und da sind die Dinger. Und... Alter! Okay. Oh, Junge. Also für eine gerade Stünde absoluter Gleichstand. Also mein Puls ist hier gerade. Ich glaube, der Opel bremst ein bisschen besser. So vom Gefühl her. Aber man muss sich mit beiden keine Sorgen machen, Leute über den Haufen zu fahren, wenn du es rechtzeitig siehst. Wie schnell bremst der Eichsam von 45 auf Null? Das ist ja viel schlechter. Ja, wir stehen auf jeden Fall. Schau mal, das ist eine komplette Länge. Das ist die ganze Länge eures Fahrzeugs. Müssen wir da noch was zu sagen? Nee. Also in dem Fall hätte das der kleine fußballspielende Junge nicht so gut überstanden. Aber in Sachen Sicherheitsrelevanz, das Ding ist kerzengerade. Ich weiß nicht, was ihr meint. Gewichtsverteilung ist einfach besser. Der ist auch kerzengerade, nur auf einer anderen Achse halt. Man muss nur von woanders gucken. Ja, aber trotzdem halt der längste Bremsweg. Egal, wie man es sieht. Aber der schönste. Aber der schönste. Das kannst du dann dem sagen, den du überfahren hast. Alle Autos kamen schnell zum Stehen. Sie sind bereit für die Straße. Doch vor dem Entladen kommt das B-Laden. Wir wollen wissen, passt der große Wocheneinkauf in die Minifahrzeuge? So Leute, jetzt kommt der ultimative Test. In welches Auto passt am meisten rein? Denn nur der Eichsam hat einen kleinen Kofferraum. In den anderen beiden Fahrzeugen muss die Ladung im Innenraum Platz finden. Deswegen, wie hätte Thomas Gottschalk gesagt, top, die Wette gilt. Gloria, Lenny und Marina machen den Test zum Spiel. Wer kann am schnellsten Wasserkasten, Waschmittel, Topfpflanze, Grillkohle, Toilettenpapier und zwei volle Einkaufstüten in den Fahrzeugen verstauen? Tetris-Erfahrene sind hier klar im Vorteil. Fertig! Alle Fahrzeuge haben den Einkauf geschluckt. Hier passt wirklich viel, viel mehr rein. Das hätte ich niemals erwartet. Ich bin echt überrascht. Der Ari. Und hier war mir klar, weil du hast echt viel. Und du hättest sogar hier noch hinter den Sitz. Ich habe das Klopapier und die Toiletten gestoppt. Gutes Ergebnis. Alles drin, aber was man so für einen kleinen Einkauf braucht. Aber, wisst ihr, was auffällt? Der Wagen von Marina ist der einzige, wo eigentlich ich jetzt noch mitfahren könnte. 422 Liter passen in den Kofferraum des Eichs an. Aber reicht eine Akkuladung für die Einkaufstour? Unser nächster Test. Stimmen die versprochenen Reichweiten? Schauen wir mal, was die Dinger halten von dem, was sie versprechen. Einer tanzt ja aus der Reihe mit besonders viel Reichweite. Das ist ja der Ari, der soll 120 Kilometer schaffen. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, weil er hat ja jetzt nicht einen besonders großen Akku oder so im Vergleich zu den anderen. Die sollen ja 75 schaffen, was ja auch nur eine Angabe ist, weil reell ist immer was anderes. Wir haben ungefähr 14 Grad. Ist eine gute Ausgangstemperatur, aber auch eigentlich starken Wind. Ist schon ein bisschen spannend, da mal zu gucken, wie weit wir kommen. Fahren wir einfach mal eine größere Runde. Los geht's. Das erste Drittel der Strecke fährt Chris im Opel Rocks E mit. Der zeigt den Batteriestand grafisch und in Restkilometern an. Beim Ari gibt's nur einen Ladebalken. Und beim Eichsam ähnelt die Ladeanzeige der Tanknadel eines normalen Pkw. Alle Fahrzeuge starten vollgeladen auf eine 50 Kilometer lange Route. Sie führt über Landstraßen, durch Dörfer und Innenstadtverkehr. Ich finde so zum Fahren, das Lenkrad ist alles normal. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Auto einfach. Ich glaube im Gegensatz zum Lenny, so was ich schon gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, um Gottes Willen, ich glaube, ich bin hier ein bisschen besser aufgehoben. Jetzt gerade ist es echt gemütlich. Man tuckelt hier so durch die 30er-Zone. Das ist alles kein Problem. Wir haben keinen Verkehr um uns herum. Es fühlt sich gemütlich an. Sobald wir aber auf die Landstraße kommen und spätestens sobald wir einen LKW im Nacken haben, habe ich da, glaube ich, nicht mehr so ein ganz, ganz gutes Gefühl bei. 100 Stundenkilometer wären hier erlaubt. Die drei schaffen nur 45. Es ist halt so ein bisschen frustrierend, dass bei, ja gut, jetzt 46 leicht bergab, aber das geht halt nicht schneller. Ich finde so, aber fühlt es sich gar nicht so langsam an. Genau, das ist nämlich immer das Thema. Sobald du aber eine Kolonne an Autos hinter dir hast, fängst du an, dich verantwortlich zu fühlen, was du auch bist. Wenig später bildet sich hinter den drei City-Stromern eine beachtliche Autoschlange. Es fahren ja jetzt doch ein paar hinter uns und wir sind jetzt auf offener Strecke. Fühlt ihr euch, als ob ihr die Leute nerven würdet? Ich finde, das geht noch, weil wir ziehen euch ja weg. Also euch hängt der LKW gerade im Kofferraum und nicht den Chris und mir im Moment. Wir haben hier mindestens 20 Autos. Aber Landy, sag mal, kannst du nicht ein bisschen schneller? Ich drücke hier die ganze Zeit durch. Jetzt kommt der LKW und Martin überholt man über, es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Zum Glück gibt es nach 15 Kilometern einen ersten Zwischenstopp. Es ist mir so unangenehm. Ich glaube, es ist ja. Du willst pünktlich irgendwo hinkommen. Was mache ich? Ich sorge dafür, dass du pünktlich überhaupt nirgendwo mehr hinkommst. Das Schlimme ist, sogar ich wollte Lenny überholen. Ich war so, okay, komm, da komme ich jetzt vorbei, oder? Das gibt es ja nicht, warum braucht der so lange? Ja, aber deswegen, Marina, würde ich auch vorschlagen, dass du, glaube ich, in der Mitte fährst. Ich fahre in der Mitte. Und Luft. Gut. Na dann, weiter geht's. Auf dem nächsten Streckenabschnitt durch die Stadt fährt Chris im Ari mit. Wie ist sein erster Eindruck vom Papa-Mobil? Was du hier krass merkst, ist die Laufruhe bei dem Auto ist eine ganz andere Language. Also der Opel ist viel lauter und beim Fahren jault er. Das macht der hier ja gar nicht. Also er fährt eigentlich wie so ein Pkw. Nur etwas langsamer. Die Beschleunigung bei denen hier ist echt gut. Hup sie mal an, damit sie schneller fährt. Jetzt fährt sie uns davon. Also da merkt man schon ganz deutlich den Unterschied zwischen den PS, die die Autos haben. Nur 5 PS hat der Ari. Die beiden Konkurrenten punkten mit stärkeren Acht. Innerorts mit dem fließenden Verkehr, wo ja oft eh nicht 50 gefahren wird, fällt man überhaupt gar nicht auf. Das macht total Spaß. Zeit für einen Reichweiten-Check. Haben die Autos nach 25 gefahrenen Kilometern auch 25 Kilometer Reichweite eingebüßt? Ich hab noch 50 Kilometer Restreichweite. Der Akku des Opel hat genau 25 Kilometer verloren. Wie sieht's bei euch aus? Also ich hab zwischen halb und drei Viertel die Tachonadel gerade. Ich sehe ja nicht, wie viele Kilometer ich noch übrig hab. Ich weiß nur zwischen ein halb und drei Viertel. Knapp 28 Kilometer müsste der Aixam eingebüßt haben. Bei mir ist ja dieser Akku-Stand ein bisschen wie beim Handy. Da sind jetzt zwei Balken weg. Was das bedeutet? Keine Ahnung. Ein Balken entspricht knapp 12 Kilometern. Heißt, 24 sind weg. Können wir aber auch mal wissen, was du denn da vom Aixam hältst. Du hast ja das Fahrgefühl schon bei uns auschecken dürfen. Dann komm mit mir in mein Vehikel. Ja, dann letzte Strecke. Bisher scheinen alle Autos die versprochenen Reichweiten einzuhalten. Jetzt heißt es, nochmal 25 Kilometer. Also ich finde in den Kurven relativ stabil. Das sieht auch recht gut. Also solide, wirklich echt grundsolide. Allerdings muss man halt immer doch den Preis im Hinterkopf behalten, der dann doch schon zum Überlegen anregt. Auf der anderen Seite, was ich mir jetzt gedacht habe, man darf nicht nur den Kaufpreis im Auge halten, sondern halt schon auch die Betriebskosten. Allein durch den Strom. Plus zusätzlich auch noch die Versicherung, die du dir sparst. Weil du keine Teilkasko-Vollkasko hast. Leichtkraftfahrzeuge benötigen nur eine Moped-Haftpflichtversicherung. Die gibt es ab 99 Euro pro Jahr. Eine durchschnittliche PKW-Haftpflicht kostet das Vierfache. Doch dann, kurz vor dem Ziel? Innerhalb von einer Sekunde ist er jetzt von fünf Balken auf den Notfallbalken gegangen. Ich hatte keine Vorwarnung. Jetzt ist dieses Auto praktisch schon fast leer. Und das, obwohl der Ari mit 120 Kilometern die längste Reichweite haben sollte. Mit letzter Kraft schafft es Lenny zurück zum Testgelände. Jetzt sind wir bei genau 50 Kilometer und ich habe noch 24 zu fahren. Das ist ja auf den Kilometer genau. Es ist exakt. Die versprochenen 75 Kilometer Reichweite hält der Opel knapp ein. Bei mir stimmt die Anzeige auch ziemlich genau mit dem, was angegeben ist. Umgerechnet hat der Eichsam nach 50 gefahrenen Kilometern 56 weniger auf der Uhr. Ich bin ziemlich enttäuscht. Er hat mich nicht vorgewarnt. Und auf einmal waren von fünf Balken nur noch ein blinkender Roternot. Trotz dessen, dass hier die höchste Reichweite von 120 Kilometern versprochen worden ist. Wie kann das sein? Wir haben beim Hersteller nachgefragt und folgende Antwort bekommen. Die Angabe der Restreichweite wird bei dem Bleigel-Akku über den momentanen Stromverbrauch berechnet und schwankt demzufolge, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit ich vorher gefahren bin. Wer also ein besonders günstiges Fahrzeug sucht, wird bei uns fündig, muss jedoch mit Einschränkungen leben. Unangemeldet einfach stehen zu bleiben, das ist nicht so cool für einen Alltag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Autoersatz ist es nichts. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber das versuchen Sie auch gar nicht zu sein. Sondern als Alternative zu einem Mofa, zu einem Roller, auf dem du nass wirst, auf dem es windig ist, wo du keine Musik hören kannst, wo du nicht zu zweit nebeneinander sitzen kannst. Und ich finde, das ist wirklich eine perfekte Alternative dafür. Also wenn ich entscheiden müsste, Roller oder Kleinkraftfahrzeug, dann würde ich, glaube ich, das Kleinkraftfahrzeug nehmen. Auf jeden Fall. Ob als Rollerersatz, Stadtauto oder Zweitwagen. Die Kleinen haben sicher ihre Daseinsberechtigung.